Also, ja, gucken wir mal nach Garnack rein. Wolfslager vernichten, das ist kein Problem. Die Stadt ist... Achso, die Stadt ist nur Level 2. Aber wir sehen hier alle Arten von Einheiten bereits. Stadtstufe 3, 3, 4... 6, 4, 5. So, ab mit dir. Die Stadtstufe 3, 4, 5... I'm pleased to receive such a generous gift from our neighbors. The road was hard, I'm sure. You deserve a reward for all your troubles. The only reward I ask is to talk to the old sage who lives here. His knowledge and wisdom are admired throughout Denmark. I'm afraid he won't be of much help to you. He's grieving over his grandson. Okay. Ja, wir haben eine Karawane verloren. Und wir sollen... ... mit dem Waisen hier oben reden. Aber erstmal die Goblinhöhle. Äh, die... Wolfshöhle, die müsste dann hier... ... oben sein? Ja, die ist direkt beim Holzfällerlager. Und wahrscheinlich tötet das die Holzfäller. Hm. We're almost there. Also nicht die Holzfäller direkt, sondern die Goblinenarbeiter, die dorthin latschen. Gibt's hier noch was anderes? Ja, hier gibt's noch eine Höhle gleich. Dann kümmern wir uns um beide Höhlen, würde ich sagen. That's all. You're a dead man. Well, we don't know. Zorgan hat die nächste Stufe erreicht. Uh-huh. That's all. You're a dead man. We are under attack. Go where? Good. Ha! Here we are. Grab the weapons. Go where? Uh-huh. Go where? Well, we don't know. Schriftrolle Wissen. We're almost there. Oh, jemand hat ein volles Einheiten im Moment. Was? Ja, noch ein Wolfslager vernichten. Und das wird das da oben sein. Gut. Aha. At your service. Coming. As you wish. So. Was gibt dich, Max-Level? So, und dann machen wir noch das Wolfslager. Achso, das ist ein Bärenlager da oben. Aber machen wir es trotzdem platt. Okay, in dem Bärenlager war nichts drin. Gehen wir mal wieder zurück und jetzt reden wir mal mit dem alten Mann da oben. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die schrecklichen Ereignisse in diesem Land irgendwie miteinander verbunden sind. Die Zeichen sagen uns, dass das Böse in den Nordbergen erwartet. Ihr habt euch die falsche Zeit ausgesucht, um mit mir zu reden. Ich habe meinen einzigen Enkel verloren und kann jetzt an nichts anderes mehr denken. Vor drei Tagen ging er in die Nordschlucht, um Kräuter für mich zu sammeln. Dann gab es ein schreckliches Erdbeben und die Schlucht wurde verschüttet. Wir versuchten, meinen Enkel zu retten, aber ein gewaltiger Warrock versperrt uns den Weg und wir kamen nicht an ihm vorbei. Okay. Findet den Enkel des Weisen. Der Älteste sorgt sich um seinen Enkel und will erst mit euch reden, wenn der Junge wieder da ist. Ich muss mich auf den Kampf mit dem Warrock vorbereiten. Der Älteste kann mir sagen, wie man eine Waffe fertig, die mächtig genug ist, um die Bestie zu erledigen. Okay, also nicht der Weise, sondern wahrscheinlich der Bürgermeister. Fakt ist ähnlich, dass es nur um Rat, wie der riesige Warrock zu besiegen ist. You are wise and know much about the creatures in this land. Does the huge Vorrog have a weak spot? Is there a way to defeat it? The monster is enormous indeed, but it can be killed with a sword forged from the magic ore found in these mountains. The entrance to the mines was blocked by the earthquake. Our miners are trapped underground. Rescue them and they'll get you the ore you need. Clear the entrance to the mines by blowing up the rocks. Our bomber will help you. Gut, das heißt, ich muss mich durch die Höhlenmonster prügeln, um die Mine zu erreichen. Be careful, there are cave monsters near the mines. Ja, vorsichtig sein. Da ist der Bomber. Kommen die von hier? Ich bin hier oben runtergelatscht. Ach, sollte ich mich mal vielleicht... Erstmal noch nicht drücken flimmern. Gucken wir uns mal schnell die andere... Oh, was ist hier? Ein gestürzter Turm. Also ja, hier müssen wir dran vorbei, wenn wir hier runter wollen. Außer wir gehen oben rum lang, was sicherer sein dürfte. Also hier an dem Magieknoten vorbei. Hier ist die Mine. Hier oben sind auch... Achso, ja, hier oben sind die Höhlen. Äh, ja. Also ich will aber erstmal kurz zu der Stadt da drüben hin. Mal gucken, ob die noch was zusätzliches für uns haben. Hier ist der Enkel, der von dem Warrock belagert wird. Garnak hat ein Angebot für uns. Ich will aber erstmal noch die andere Stadt. Diese Stadt ist Ruinen. Okay. Du brauchst einen Energiering von der Fabrik. Ich könnte natürlich erst den Energiering holen, aber nö. Wir gehen jetzt den Energieknoten hier besitzen. Okay. My troops are under attack. We are under attack. That's all. You're a dead man. My troops are under attack. We're almost there. Ha! Also ja, wir müssen aufpassen auf unsere Truppen, weil ich weiß nicht, ob und wo wir sie nachrüsten könnten. Good. Äh. Good. Here we are. Alright. We're almost there. Coming. We're almost there. We're almost there. Good. What? Good. Sorry. We're almost there. We're almost there. Schenke zum vollen... Okay, hier gibt's ne Schenke. Das ist gut. Und es sieht so aus, als ob das hier unten wäre. Oder? Ja, es ist ne Schenke, aber sie... Hat er andere Sachen. My pigs found a hole in the fence and ran away. Just when the guests were expecting pork chops for dinner. Bring them back and I'll serve you a royal feast. Okay. Hier könnte ich Schamanen, Kämpfer und Angreifer rekrutieren. Ja, bringt die Schweine zum Hof zurück. Gut. We're almost there. We're almost there. So, dann räuchern wir mal die Monsterhöhlen hier oben aus. Catch this! Huh? I'm here. Well, we don't know. At your service. Good. Uh-huh. Also, ja, auf vernünftige Sicht wär's ne bessere Idee gewesen. Äh... Ich kann den Skill nicht mehr nutzen. Here we are. Well. Okay, nicht so gut. That's all. You're a dead man. We're almost there. Aim! So, die Monsterhöhle ist da. Wow, we don't know. Aim! Well, all right. As you wish. What? Good. We're almost there. That's all. You're a dead man. Aye, they're dead man. What? Untertitelung des ZDF, 2020